Wie war die Sigma 20 auf weißem Kunststoff? Die Tasten sind nicht mehr glatt, sondern Taster haben eine leichte Bombierung. All diese Sachen sind eine ganz sanfte Evolution von dem gleichen Thema. Die beiden Ringe sind momentan assoziiert mit Geberett, millionenfach eingebaut und diese sind ein kleines Update. Die kleine Spannung der Oberfläche fängt das Licht in einer anderen Form auf und die Ringe, die an dem Ossenrind sind, sind etwas dünner, ein bisschen dezenter, einfach nur ein Highlight.